Das Stück fest. Ich werde mich dieses Mal wirklich umbringen. Schon wieder? Lisa, ich meine, es droht ernst. Okay. Hast du denn schon eine Vorstellung, wie du dein trauriges Leben beenden willst? Ich spring vor einen Bus. Und alle schauen zu. Okay. Dann fein zu. Du willst also der Grund für die Verspätung sein? Alle werden dich noch mehr hassen. Autsch. Dann von einer Brücke. Hast du schon mal eine Wasserleiche gesehen? Pistole. Sauerei. Auftragskiller. Zu teuer. Aufhängen. Besitzt so eine Scheune. Nee. Ich nehme einfach eine Überdosis Schlaftabletten. Okay. Und wie viele willst du denn nehmen? Ich schluck einfach alle. Und was ist, wenn es schief geht und du davonbleiben geschehen hast? Ich bin gleich wieder da. Jawohl. Jawohl. берimon Shuf